ich muss gleich mal den dicker spielen warte mal vielleicht habe ich neue fähigkeiten bekommen abfangen lukas oder? ja 2-3 vorbeilassen oder 3? am besten die an den stumpfen hier sind klopp, wie die angst haben die wurden vielleicht gerade eben erst abgefahren jetzt, ich geh rauf, ich geh rauf wow ist der weggefangen das ist ja nur, da ist kein wunder der geht nicht da unten sind hängen ich bin tot jo das war einfach ein bisschen too much ja das wird ein schweres wiki das sind äh keine deutschen dreno outlandland es ist immer, wirklich jedes mal ich kann dir darauf eine 1200.000 gold garantie geben hast du englische server sind ja alles gar nicht immer so schlecht hast du deutsche server hast du instant deutsche allianz spieler sind also alle kacke ja welch hier guck mal selbst der was scheiss spastian äh vorlocki fliegt nicht instant weg boah der priest unbedingt immer auf diesen priest gehen der hielt gut aber der fliegt instant weg es gibt noch einen schamane der hielt glaub ich auch m-m-m m-m-mäng CC CC Punkt uestosorientiert Punkt Punkt sag mir auf wen ich gehen muss um dir zu helfen Hendrik Ja, kann ich ja gar nicht sagen Das ist immer das Welle, ich... Na ja, frozen So wie die Flagge holen gehen Oh, das ist gerade respawn, schlechter Zeitpunkt Der Priester, unbedingt der Priester wieder Rechts bei mir Eingang von denen Muttglied gesappt Schurke an oder so Henrik halbwegs in der Nähe, wenn der kommt, bin ich an dem Schurke Alter, wie oft noch? Jetzt Schurke ist entwaffnet Hier ist ein Heilschaman, auf den keiner geht Ich helfe Henrik gerade, sorry, meine ich komme Ja, ich bin tot jetzt Weil jetzt dann der respawn kam, der hat... Ich hätte jetzt zwei Leute töten können, wenn der da nicht gehalten hätte Dann sind die auf mich gegangen Du musst mich verziehen Du musst mich verziehen Du musst den Hazard, das ist der Schamane, der muss... Ja ja, Schamane und Priest, die zwei Heiler haben die mehr, haben die glaube ich noch nicht Und dann schau mal Und dann schau mal Und dann schau mal Da ist dieser Schamane Ich geh auf den Schamane Ja, ich bin drauf Wow, irgendwo ist ein Hunter, der mich ins uns zerlegt Ich krieg den Heiler nicht tot, vergiss es Ich war mit drauf, wenn vier Leute auf mich drauf gehen, kann ich auch nicht viel rauskriegen Ja, die kuscheln alle in der Mitte Ja, das Problem ist, dass der Priester den Schamane hält Ja Da dann Umdrehen helfen Da, Heiler Ja Hammer Das ist auch so geil, dass man dann sieben Sekunden immer nur rumsteht Da ist der Scheissschuld, ey Ja Wer in der Stelle Da vorne ist er Hm 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 Gut Flagge holen gehen Flagge unbedingt abfangen Erstmal rechts die Heiler irgendwie abpflücken Den Schamane da bitte, Alex mit Draufgehen Oder warte, ich geh auf den Priester Ich geh auf den Schamane, das passt so Ich hab falsch gekickt bei dem Ich werd hier angegriffen von allen möglichen Scheiss Ich bin erst außerhalb, ich war gefiert, ich komm nicht an den Rand Priester down, ich komme Münze zählt Ich bin in der Reichweite gesprungen Münze zählt Münze zählt Münze zählt Münze zählt Münze zählt Nice, Stau, beide Heiler Down, jetzt bin ich aber auch so gut wie tot Schamane hat gebettelt Oh, hier sind drei Leute auf mich, ey Das ist keine Chance, ey Du war tot gewesen, Hendrik? Nee Zerzählt Oder mich beschäftigt Mit Schamane wieder da? Oh, passt schon Hab er doch gelebt, um Schamane aber wegzuhauen da So haben wir mit 100 AP den abgeschossen So Ist das da vorne wieder? Oh, das ist lieb Ich bin glücklich, ich will siegen dir, ey Sonst würde mich das so ankosten Schau mal, dass ich die Flagge rausbekomme, gell Mach das Ich denke mal, ein 1-0 und wir haben gewonnen Da müssen wir es runterspülen Mhm Ich halte hier alles immer wieder auf mit Hendrik Wenn du dann vorbeikommst, bleib ich bei dir und versuch sie da zu picken Versuch über Rampe zu kommen, gell Nur damit du dich schon mal so ein bisschen nach rechts orientieren könnt So Weil ich den Kopf bisschen da in die Richtung verlangen Aber wenn ich es schaffe, ich hoffe, hier ist niemand Ich hab hier so einen Death Krieger auf mir Ja, ich komm Der ist gleich gesloat, hau einfach ab, Hendrik Der geht gar nicht auf dich hier Nee, der geht jetzt auf den Priester, weil der wegkriegt wie so einen Schnitzel Ich geh auf den Sturk, es tut mir leid, der Death krieger das dort stunden Da ist ja auch ein Healpriest wieder da Ich mach den Healpriest Ja, ich ist tot Ja, hier ist ein anderer Hunter, der mich in zwei Schüssel zerlegt Keine Chance, die Flagge zogen alleine Die Schurke war auch noch dabei Das war Schurke und Jäger Ganz vergessen alleine Die sind nur mit acht Mann in der Mitte Keine Heal tot Okay, wir haben auch noch acht Mann in der Mitte Oh, das sind zu viele, da brauche ich nicht reingehen alleine Oh, das sind zu viele, da brauche ich nicht reingehen alleine Oh, das sind zu viele, da brauche ich nicht reingehen alleine Oh, das sind zu viele Oh, das sind zu viele Oh, das sind zu viele Ich glaube nicht, dass wir das BG gewinnen Ich glaube nicht, dass wir das BG gewinnen Noch stets 0-0 Ja, aber Ich spiel dabei Ich spiel' dabei, ich spiel' hinten halt zusammen Echt in nem riesen Tod wie heute Ja, so wie man es halt macht, so wie wir es halt sonst machen Das Problem ist, die haben zwei Leute zum Deffen, genau wie wir Hunter Schurke, da kriegst du nix vorbei alleine Hendrik und ich, Hendrik ist ja hoffentlich hinter mir irgendwo Ich weiß ja nicht, wo Hendrik ist Ab, weg, schlug' Hä? Der hat die Flagge ja grad Wo kommt der raus? Da Der kommt, der geht auch zu einem Schamanen vorbei Ah, jetzt stirbt der da Naja, das ist weg wieder Ey, ist Hunter so beschissen OP Ja, zwei Schurken hab' ich mit Tod Ey, vergiss es, ey Wir haben Das ist Ich glaube, Hendrik ist, glaube ich, der einzige Heiler hier Nee, wir haben auch so'n Priester Der macht die Hälfte von dir, Hendrik Ich stirb' doch immer, werde ich ins den Weg Bähme Drecksdiff Wir müssen uns hier sammeln Keine Ahnung, es sind zu wenige Dem Priester helfen Wo auch immer, ich glaub' der kommt Ich weiß es nicht Kommt der Tunnel runter? Sieht da nach Hause, oder? Nee, 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 nee Der läuft oben lang Ah, hab' ich nicht mehr gekriegt bekommen Ja, zu viele Heiler bei denen, die heilen Nein Warte mal OP Hunter ist so OP Die Hordler fahren doch aber einfach rein Hunter ist nur OP, weil Weil, äh Die hier keiner fokussend braucht, weil die zwei Heiler haben Die den Instant teilen Nee, Hunter ist nur OP, weil du nicht an den rankommst Ich brauch' beide Charge Instant Bei mir kommen zwei Schurken an Ich bin Instant tot Leg' mal deine Eis Wir müssen denen hinterher rennen Unbedingt, hier im Tunnel Genau Ah, verdammt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Unbedingt, der Schamane muss unbedingt weg Weiter, 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 weiter Oh, Earthcrap, ey Hunter hat die Flagge Läuft uns nicht entgegen Läuft uns nicht entgegen Wer bewacht ist, ohne uns nicht Hunter kommt Von uns aus gesehen Ganz links Über den Wald Oh, der ist ja fast durch Der ist gleich beim Backup, ey Der ist gleich durch, ey Der hat einen Priest Ich bin da ganz alleine jetzt Ihr seid jetzt nur noch da eigentlich Äh, Alex Was ist das denn? War voll draufhalten auf'm Hunter Tod, Instant Tier Hab's vergessen Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Hab ihn zurückgebracht Oh, lol Nice, Lukas, nice Verkritten So, bin ich ja selbst... Oh, Gott ja ich will ja drauf gehen aber ja wie so ein hunter auf mir bringt nix wenn wir die wir müssen auch die heiler fokussend tut mir leid ich helfe dir Hendrik ich bin instant tot ich hab gefokust vergiss es einfach ey ich geh nur werd instant gefokust ich komm nicht zum schaden machen in den bg das problem ist die haben zwei gute heiler wir haben ein der priester ist scheiße was der priester ist der der meisten gealter der ganzen bg hier der priester ist ansonsten scheiße er soll sie herkommen ich geh auf den schamanen weiter durch hier guck mal da haut er ab und schamane down next hordenflagge links links mit bald bei tunnel ich bin getestet ich werde noch geführt vergiss es ja und hier alles mögliche wenn da nicht ich werde durchgucken bist du durch halt ja ist durch sag ja das verlieren wir das liegt jetzt das war luck im Grunde genommen noch sind es fünf minuten einmal jetzt mitkommen wir sind hier gerade durch Arlen Hendrik mit hinter mir herkommen ich defolten gleich und dann rasen wir da durch dann könnten wir noch gewinnen weil der denn zuletzt die flagge gewonnen hat und Pugelt hat gewinnen das ist bloß mich die bitte nehmen ja sterbe ich stehe gerade schön ab ich bin jetzt tot ich bin jetzt tot hier zwei leute mit einem schurken kommst du tunnel oder oben ich komme tunnel aber dass ich tunnel kommt gerade aus entgegen ja nein doch nicht die gehen rampe oder sie haben nicht gecheckt die rampe komm weiter tunnel es geht ja ich bin hammer low man irgendwer muss mir sofort helfen heeel heeel du schamane nicht an mir vorbei heeel priester hee der ist orientiert bleib bloß bei mir dass sie die flagge nehmen können beeil dich einfach ich rush here von rechts kann was kommt zappt 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 da da ich hab ihn mit donnerkern da da ich hab ihn mit donnerkern gedottet die nehmen gleich die flagge von innen gell mhm müssen also schnell durch S-falle liegt hinter uns das heißt da kommt so schnell keiner durch S-falle liegt hinter uns das heißt da kommt so schnell keiner durch da das ist es jetzt wenn wir sie jetzt erwischen und aufhalten können dann gute chancen ich drehe um und schaue dass sie sind Alex drehe um ja genau will ich bei dir bleiben? ja ja du bleibst bei mir bitte hier kommt der Schamane durch den Tunnel hier steht alles vorm Tunnel ich kann hier nichts machen ich bin hier mitten rein gerannt aber ich halte sie noch ein bisschen auf jetzt bin ich tot die Flagge ist über Rampe gerannt kommt durch wenn nicht jetzt jemand noch herankommt das heißt das war's Flaggenträger bleibt da hin der ist in der Mitte der ist in der Mitte der gegnerische Flaggenträger ist in der Mitte das war's ne Priester muss reichen ne Priester muss reichen ja ok er ist immer noch in der Mitte komischerweise mhm wir müssen jetzt down kijken er hat gerade in drinnen er hat alles dran der dabei ein Priest hier Ja, 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 ja. Nice. 1, 1, fick dich. 2 Minuten gewonnen. Alle Deffen jetzt, alle Deffen. Ich bleib hier hinten, da ist schon einander. 10 Mann, 10 Mann in den Flaggenraum. Das ist GG, das können die gar nicht mehr schaffen. Das ist GG in eine Minute. Ich bin hier grad hinten. Ich halte grad sogar auf. Das können wir nicht gewinnen. Ja, das war die Motivation. Das war die Motivation, die du gebracht hast. Das war die Motivation. Einmal die Flagge. Einmal musste ich sie aufnehmen. Ich weiß es nicht, ich bin down. Der kommt oben raus. Der Nachtelfant. Der kommt nicht drunter, der kommt dann irgendwo oben raus. Ja, Hauptsache das los wir noch. Okay, ist down. Aber das schafft er eh nicht mehr. Der müsste jetzt vom Priester gezogen werden dreimal oder so. Oh, lol, ey. Das kann man so. Geh, geh. Oh, ich im Damage stand. Oh, knapp hinter dir muss. 30.000. Im Drittel, sagte er. Ja, 30.000. Ja, bei 150.000 und 120.000. Bissl. Oh, 20% haben nur ein Fehlmer noch zum Level davon. Ja, ja, ja. Können wir noch mal kurz die Indie melden, wenn wir jetzt eher noch aufgehen, da wo ich alles abgeben kann, nochmal, dann gehen wir raus. Ja, kannst du aber, Logos machen. Ich melde nur noch mal oben. So, schon frei. Ja, aber was soll ich da reingehen? Ach so, du musst ja noch, du musst ja noch Dings machen. Ja, melde ich einfach kurze Zeiler. Hä, was willst du denn da machen? Ich verstehe. Die Kirche hat noch drei Quests, die ich da jetzt abgeben kann. Ach, abgeben kannst du. Ja, genau. Die will ich nur abgeben. Ja, ja, ja. Und da wir eh oft gehen, ist der Hotel ja eher. Ja, ja, ja. Ich hab schon. Ja, guck mal, guck mal. Die Kirche hat,wealthmengen W countries mit dabei angest였enden Meitalter Die Kirche hat was dann erinnert, erinnert. Den wollte ich glaub, warum nicht Direct contradiction, war ich. Da kann draußen drauf. Da war meine, five kurz eins.